humans as a service wie sind sie zu dem thema gekommen was hat sie dahin getrieben und was treibt sie auch weiter damit als botschaft in die welt zu gehen vielen herzlichen dank für die einladung heute zu ihnen zu kommen in der arbeitswelt im arbeitsmarkt gibt es probleme die wir schon seit mindestens 30 40 jahren behandeln in der fragmentierung der arbeit in dem outsourcing in supply chains etc und die technologie hat diese ganzen alten entwicklungen genommen und auf eine ganz neue ebene gepusht wir sehen ganz viele thematiken die wir im arbeitsmarkt schon seit 20 30 jahren behandeln plötzlich ganz zentral ins licht der policy makers getrieben und das ist die hauptidee von humans as a service vorsichtig zu fragen was ist wirklich neu an der weg economy denn ich glaube es besteht die gefahr dass wir nur auf die technologie schauen und die technologie ist neu und sie ist großartig aber in wirklichkeit dann die frage vergessen vielleicht sind die arbeitsmodelle geschäftsmodelle die dahinter stehen in wirklichkeit gar nicht so neu und probleme die wir eigentlich schon seit langem kennen wenn man sich das anguckt es gibt ja viele unternehmen die sich aufgemacht haben opa ist das große beispiel dafür aber auch lieferanten und andere sind ja solche neuen lieferfirmen die auch neue services ermöglichen aber auch immer wieder gewerkschaftlich in der diskussion stehen wie sieht es denn in der pflege eigentlich aus wenn sie das betrachten machen ich glaube die pflege ist ein ganz interessanter sektor um sich viele thematiken der gig economy anzuschauen es gibt schon viele start-ups ob das firmen wie pflege tiger hier in deutschland sind oder home care in england oder den vereinigten staaten ich glaube es bestehen aber doch gewisse unterschiede zwischen einer traditionellen gig economy plattform und einem über pflege unternehmen um so zu sagen was sie gemeinsam haben ist der zugang auf die technologie zum beispiel die algorithmen zu verwenden um klientinnen und anbieterinnen zusammenzubringen auf der anderen seite glaube ich gibt es auch zentrale unterschiede zum beispiel wenn ich ihnen übersteige ist es mir eigentlich egal wer die chauffeurin ist und es kann jedes mal ein anderer selbst wenn ich jeden tag über in der früh ins büro nehme kann es eigentlich jeden tag eine andere chauffeurin sein großer unterschied glaube ich im pflegebereich wo soweit ich damit vertraut bin es sehr wichtig ist dass eine gewisse regularität eine gewisse konstanz gibt wer als pfleger kommt zu bestimmten klienten da zum beispiel kann das traditionelle gegekommen im modell zu sagen ich habe die große crowd ich habe die große gruppe an arbeitnehmerinnen die alle darauf warten auf den nächsten kohle vielleicht funktioniert das zum beispiel nicht im bereich der pflege gleich wie es für über oder futura funktionieren würde gerade der markt ist ja auch was qualität anbetrifft ein sehr regulierter markt wie könnte denn qualität gesichert werden an der stelle die mehr ist als die klienten zufriedenheit das ist eine ganz große kontroverse diskussion in der gig economy führt der algorithmus zu besserer qualität oder nicht auf der einen seite sehen wir die analyse dass durch das feedback der konsumentinnen wie sie jetzt sagen ganz eindeutig bessere qualität geschaffen wird weil die arbeitnehmerin oder dienstleisterin je nachdem wie wir das juristisch sehen die konstant kontrolliert und gemonetet wird und auch zukünftige klienten sehen können genau was die qualität bisher erbrachte dienstleistungen ist auf der anderen seite gibt es die die das kritisieren weil langfristig qualität nicht gesichert werden kann wenn plattformen keine verantwortung und keine haftung übernehmen wenn ich mir das haftungsthema noch mal so angucke wir haben ja gerade in der pflege situationen wo man auf den wege zum klienten hin oder auch beim klienten mit risiken konfrontiert ist hygienerisiken aber auch infizierungsrisiken die da sind wer müsste denn für so etwas die haftung übernehmen heute haben wir die berufsgenossenschaften oder krankenversicherungen die zwingend notwendig sind gerade berufsgenossenschaften was muss denn da eigentlich getan werden das ist eines der probleme der gig economy wo es zurzeit extrem viel fälle gibt die in gerichten in ganz europa auf der ganzen welt anhängig sind denn das ist die wirklich zentrale frage was ich in meinem buch als das plattform paradox bezeichne und das ist die frage was ist eigentlich die dienstleistung die die plattform anbietet ist es das digitale service das matchmaking der algorithmus die abrechnung oder aber bietet die plattform auch das unterliegende service ob das transport ist oder die zustellung von essen oder eben die pflege an und es ist zurzeit ganz klar dass die gerichte eindeutig in die richtung gehen zu sagen dass das service selbst vom digitalen produkt nicht trennbar ist zum beispiel hat der europäische gerichtshof am 20 dezember des letzten jahres festgestellt dass bei über das transport service nicht vom digitalen matchmaking zu trennen ist und im pflegekontext glaube ich wäre dieser fall noch wesentlich stärker weil im pflegekontext ist nicht nur um das matchmaking geht sondern eben um das anbieten der unterliegenden dienstleistung wenn man jetzt nochmal niedrigschwellige dienstleistungen anbetrifft dann wäre das ja sogar eigentlich eine riesige chance wenn wir menschen haben wir reden über altersarmut in deutschland irgendwann die sich etwas dazu verdienen müssen wie kommen die an aufträge in anführungsstrichen wo müssen sie im prinzip arbeiten oder bieten sie untereinander dienstleistungen die über eine solche plattform vermittelt werden könnte man sich so etwas vorstellen absolut eine der größten möglichkeiten der größten positiven element der gig economy ist was wir labor market activation nennen das bedeutet dass menschen die traditionell vom arbeitsmarkt ausgeschlossen worden sind wegen alter oder behinderung oder aus diversen anderen gründen plötzlich wieder zugang finden zur arbeit zum arbeitsmarkt und da gerade wenn es sich um nicht oder wenig qualifizierte dienstleistungen handelt ist eines der großen positiven elemente der gig economy dass menschen wieder wesentlich einfacher zu und zur arbeitsmöglichkeit finden ich glaube es eine der wichtigsten messages ein zu sagen es gilt absolut die technologie die digitalisierung aufzunehmen und die positiven seiten davon zu sehen für betreiberinnen für pflegerinnen für klientinnen gleichzeitig aber auch nicht zu vergessen dass es trotz der ganzen technologie letzten endes um den menschen geht und die verwendung der technologie die digitalisierung uns nicht vergessen lassen darf dass letzten endes die die menschen der servicenden